Gundremming ist Deutschlands gefährlichstes Atomkraftwerk. Nach einer Analyse der Staatlichen Gesellschaft für Reaktorsicherheit passieren in keinem anderen Atomkraftwerk so viele Ereignisse, die zu extremen Unfällen führen könnten. Block B soll Ende 2017 vom Netz gehen, Block C erst 2021. Das ist in keinster Weise logisch und auch nicht hinnehmbar, weil beide Reaktoren im gleichen Jahr, nämlich 1984, in Betrieb gingen, baugleich sind und natürlich entsprechend die gleichen Schwachstellen haben. Abschalten! 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 Gemeinsam können wir es schaffen, dass beide Blöcke des Atomkraftwerks Gundremming noch dieses Jahr abgeschaltet werden. Unterschreiben Sie jetzt bei unserer Aktion.